In diesem Video zeigen wir, wie eine LED-Beleuchtung mit einstellbaren Farbeffekten aufgebaut wird. Wir nutzen dafür den LED-Controller LK55 und einen RGBW-LED-Streifen. Der LED-Controller ist bereits mit dem Netzteil verbunden. Für die Fernsteuerung nutzen wir eine RGBW-Fernbedienung. Als Werkzeug wird lediglich ein Schraubendreher benötigt. Der RGBW-LED-Streifen hat vier in eins LEDs verbaut. Diese LEDs kombinieren Rot, Grün, Blau und Weiß in einem Gehäuse. Durch das separate Weiß können wir später auch Pastellfarben einstellen. Weißtöne wirken zudem viel natürlicher. Zuerst müssen wir den RGBW-LED-Streifen am Controller anschließen. Die Ausgänge des Controllers sind entsprechend mit RGBW und 4x Plus beschriftet. Am LED-Streifen suchen wir die entsprechenden Anschlusskabel und führen diese dann in die passenden Schraubklemmen am Controller ein. Ordentlich festschrauben und am Ende noch einmal alles auf festen Sitz prüfen. Achtung! Das schwarze Kabel steht hier für das gemeinsame Plus und nicht wie sonst üblich für Minus. Rot hingegen ist für die roten LEDs belegt. Es genügt, wenn Sie einen Plus-Anschluss des Controllers verwenden. Beim ersten Einschalten sollten alle LEDs mit voller Helligkeit leuchten. Nun wollen wir die Fernbedienung anlernen. Schalten Sie hierfür die Fernbedienung ein. Eine kleine rote LED an der Fernbedienung zeigt die Funktionsbereitschaft. Sollte die LED nicht leuchten, prüfen Sie bitte die Batterien. Zum Anlernen der Fernbedienung besitzt der Controller eine kleine Learning-Taste. Drücken Sie diese kurz und danach das Farbrad der Fernbedienung. Die LEDs sollten kurz aufblinken. Nun ist die Fernbedienung auf den Controller angelernt und Sie können mit dieser Farben, Sättigung und natürlich auch die Helligkeit regeln. In gleicher Weise können Sie auch eine Funkwandsteuerung für RGBW-Beleuchtungen anlernen. Beide Fernsteuerungen arbeiten parallel und erlauben das Regeln der LEDs. In weiteren Videos erklären wir Ihnen die Möglichkeiten der Fernbedienungen im Detail. Beide Fernsteuerungen im Detail.